Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 29. November. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir sehen abermals eine gewisse Yen-Schwäche. Bedingt sich heute auch durch die Konjunkturdaten, die wir in der Nacht gesehen haben, aus Japan. Die Daten waren hier mehr oder weniger enttäuschend aufgenommen worden. Die Arbeitslosenquote unverändert, aber einzelne Handelsumsätze und Ausgaben privater Haushalte waren dann doch anders als die Prognosen. Und dementsprechend der Markt heute hier ein Stück weit schwächer, beziehungsweise viel mehr der Yen. Davon profitieren natürlich alle Währungspaare, die hier als Basiswährung fungieren, sprich die vorne stehen. Und das ist eben hier jetzt auch wieder ganz vorne eingereiht. Der US-Deller gegenüber dem japanischen Yen mit 0,5% Aufschlag und somit hier in der Top 15 Heatmap ganz vorne dabei. Das große Bild, ganz klar, wir haben hier eine massive Dollaraufwertung im Kontext einer Yen-Abwertung gesehen. während der letzten Zeit, also hier der sichere Hafen sozusagen nicht gefragt. Und entsprechend ging es hier seit der Trump-Wahl, beziehungsweise eben seit dem US-Wahlausgang hier stark nach oben. Interessant ist, dass wir das Level von 114 Yen knapp touchiert haben. Seither der Markt in einem kleinen Konsolidierungsmodus auch nicht weiter schlimm, wenn man mal überlegt, dass das Währungspaar grob gesprochen hier vom Bereich 130 bis eben hier knapp 114 hier eben über 1200 Pips angestiegen ist. Das ist eine Hausnummer. Da muss man einfach sagen, okay, es darf ruhig auch mal ein Stück weit runtergehen. Aber wie weit kann es denn jetzt gehen? Ich habe zum einen zwei Optionen, die sich hier da bieten, wenn man das Währungspaar mal genau unter die Lupe nimmt. Also Wochenstart, wie gesagt, drei sehr, sehr starke Wochen. Aktuell ein Stück weit Konsolidierung. Doch muss es das noch nicht gewesen sein. Wir haben hier auf aktuellem Niveau einen schönen Horizontalbereich. Den werde ich jetzt mal ein Stück hervorheben. Das machen wir mal weg. So, dann sehen wir hier eine Zone. Da ist das Währungspaar in der vergangenen Woche drüber gehuscht, um die 111,50 etwa. Da haben wir gestern einen Touchdown gesehen. Könnte im Prinzip genügen, um wieder aufzudrehen. Soll heißen, und das gilt es mal zu beachten, wenn wir oberhalb des gestrigen Lows bleiben, also insbesondere eben ein neues Wochentief vermeiden können, dann sieht das ganz gut aus. Gehen wir allerdings unter das gestrige Tagestief mit Preisen hier speziell unter, Moment. So, also mal kurz löschen. Machen wir eine Horizontallinie direkt raus, das ist eigentlich noch besser. Gehen wir hier direkt runter mit Preisen unter, wir können es mal grob bei 111,35 machen, ein paar Pips tiefer. Ja, also unterhalb von 111,35, 111,30 muss man aufpassen. Da könnte es dann nämlich weiter bergab gehen, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier eine kleine Sekunde, ich schiebe es auch mal rüber, eine kleine Übertreibungsphase haben, hier im Momentum Indikator. Wir sehen hier sehr stark, dass immer wenn es Werte über 60 gab, mögliche Umkehrbewegungen denkbar waren, auch nur kurzfristiger Natur. Aber letztlich sind wir hier in einem gewissen Extrema reingelaufen und wir sehen eben hier, ja, das sind die letzten Tage, letzten Wochen natürlich einen ganz starken Anstieg und hier die Tendenz eben einer möglichen Erschöpfung. Und das würde sich, wenn wir dann hier zum Beispiel unter das gestrige Tagestief zurückfallen, tendenziell fortsetzen können. Würde sich. Aber der Yen ist aktuell rein saisonal bedingt in einer eher schwachen Phase, deswegen gebe ich hier mal nur den grauen Pfeil, der aber dann grundsätzliche Rücksetzer zulassen würde, bis in den Bereich 110, 109. Wenn es denn unter 111,35 geht, kann man hier swingtechnisch auf Swing Trading Basis, wie gesagt, keine Handelsempfehlung, sondern einfach nur eine Marktanalyse, völlig unverbindlich. Natürlich jeder handelt nach eigenem Risiko, das ist einfach nur hier eine Interpretation des Marktes. Letztlich aber, wenn wir ein neues Wochentief machen würden, im Prinzip der Abnahme des Momentums könnte man hier unterstellen, dass der Markt dann eben durchaus tiefer zurücksetzt. Allerdings, und das ist saisonal eben der Rückenwind, bleiben wir hier um 111,50, 112 stabil sitzen. Dann spricht nichts dagegen, dass wir hier tatsächlich weiter nach oben laufen und im Prinzip eben hier die Aufwertungsphase 114, 114,50 weiter zu, oder besser gesagt weiter ausbauen und das Währungspaar sozusagen hier neue Mehrmonatshochs markiert. Das wäre ein theoretisch möglicher Verlauf, auch vor dem Hintergrund, wenn wir hier dann praktisch die Zone 111,14,50 sprengen, dann hier sozusagen das nächste Ziellevel bei 116 anzusteuern und auch darüber zu schauen, wäre durchaus denkbar. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, wie gesagt, in einem sehr, sehr positiven Umfeld, auch saisonal gesehen, Sie sehen hier im November noch ein Stück weit C laufen wir jetzt sozusagen aus im November und dann aber im Dezember sukzessive nach oben zu laufen. Schauen wir mal noch ein Stück weiter, ob sich das dann auch fortsetzen kann. Und wenn wir hier schauen, bis zum Ende des Monats geht es hier wirklich eigentlich rein saisonal, sehr, sehr stark bergauf und das begünstigt natürlich neben der technischen Situation hier aktuell weiter anziehende Preise. Sollte man also durchaus ins Kalkül ziehen, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen trotz der bisherigen Zugewinne weiter zulegen kann. Und das ist ja gerade bei den Yen-Pairs keine ungewöhnliche Entwicklung. Das heißt, gerade bei trendstarken Phasen, sei es denn abwärts gerichtet, wie es zu Beginn diesen Jahres der Fall war, oder jetzt hier mit diesem Reversal nach oben durchaus starke Bewegungen möglich, die dann eben auch über mehrere Tage, Schrägstrich insbesondere auch Wochen, anhalten können. Und hier die 100-Yen-Marke, wie gesagt, massiv gestützt, sowohl interventionstechnisch von der japanischen Notenbank als auch beflügelt eben durch den Markt, dass genau diese Zone immer wieder touchiert wurde, verteidigt wurde. Schlussendlich hier wirklich dann gehebelt nach oben ausgebrochen. Und jetzt im Prinzip muss das Ganze noch nicht vorbei sein. Wir schauen mal in den Tagesschart oder vom Tagesschart in den Stundenchart vielmehr. Da sehen wir auch das Level um 111,50 sozusagen mal als Zone. Ziehen wir mal hier rein. So, machen wir da mal eine Unterstützung draus. Praktisch auch weitergedacht. Ein bisschen länger das Ganze, so nach drüben. Und ja, da sehen wir im Prinzip, dass der Markt hier eine schöne Abwärtskonsolidierung fährt. Die ist jetzt, und darauf wollte ich auch hinweisen, eben jetzt hier möglicherweise schon dem Ende entgegen geht. Ja, wenn wir jetzt hier einfach mal schauen, eine Art bullische Flagge, Abwärts-Trendkanal. Hier mehrfach bestätigt oben. Jetzt schieben wir uns hier nach oben raus. Der Pivot-Point ist sozusagen auch überwunden und spannend eben hierbei, dass der Rester dagegen mit dem japanischen Yen, ja gut, mit seinen aktuellen 77 Pips, eine durchschnittliche Range von 117, 118 Pips aufweist. Das heißt, hier kann nach oben auf jeden Fall noch ein Stück weit was kommen, 50 Pips mindestens. Dann wären wir auch hier sozusagen am R1-Level des Pivot-Punktes von heute. Hier auch ein Stück weit horizontal Linie. Das kann hier kurzfristig durchaus nochmal ein Ziel sein. Und wenn das eben, wie gesagt, abgearbeitet werden würde, das Niveau 113, 112, 90 etwa, dann kann man sagen, okay, der Startschuss ist gegeben, dass wir hier tatsächlich weiter in Richtung 114, 114, 50 und 116 Yen laufen können. Solange wir eben kein neues Wochentief machen, tauchen wir hier nach unten ab, speziell unter 111,35 muss man definitiv aufpassen. Und insofern denke ich mal, der US-Dollar gegen den japanischen Yen auf jeden Fall einen Blick wert. Insofern haben wir ihn heute mal wieder ins Radar genommen. Ich sage Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal einen schönen Wochentag, Dienstag. Viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Hier geht es sicherlich noch zur Sache. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen spätestens wieder, beziehungsweise nachher auf dem JFD-Desktop. Da wird es auch nochmal einen Beitrag zu den US-Indizes geben. Ich sage erstmal Danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen viel Erfolg, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Danke fürs Zuschauen.